Alles in Ordnung, Fred? Weißt du, Ridley, meine Grandma kennt mich noch unter meinem alten Namen und unter anderen Pronomen. Das war, bevor mir klar wurde, dass ich mich als Fred viel wohler fühle. Keine Frage, du bist durch und durch Fred. Naja, und mein Herz sagt mir, dass ich immer da nicht selbst bin, wenn alle meine Freunde mich Fred nennen. Weil ich nämlich nicht binär bin. Und Fred ist der Name, der am besten zu mir passt. Und ich benutze außerdem XIR oder DIR, weil sich die Bezeichnung ER oder SIE für mich nicht richtig anfühlt. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich mit dem falschen Namen und Pronomen angesprochen habe. XIR führt mit XIS im Ernst.